Endlich schwanger! Und jetzt Nummer 1. Bloß keine Bewegung mehr. Stimmt nicht. Sie können weiterhin Ihren Körper genießen und sogar Sport treiben. Fragen Sie Ihren Arzt, ob Ihre Sportart für die Schwangerschaft geeignet ist. Sonst können Sie in einer abgeschwächten Form trainieren. Meistens ist Sport sogar eine gute Vorbereitung auf die Geburt. Nummer 2. Iss, was du willst. Das Baby isst mit. Nicht ganz. Natürlich kann man sich den ausgefallenen Gelüsten wie Marmeladenbrot mit Senf ruhigen Gewissens hingeben. Auf rohes Fleisch und rohen Fisch sollte man jedoch wegen der in der Schwangerschaft gefährlichen Toxoplasmose verzichten. Nummer 3. Sex ist absolutes Tabu. Nö. Solange Sie keine super ausgefallenen Techniken praktizieren, ist alles erlaubt. Das Baby spürt nichts. Nummer 4. Ein Zigarettchen am Tag ist gut für die Nerven und ein Gläschen Sekt beruhigt. Falsch. In einer Zigarette sind bis zu 4000, teilweise giftige und krebserregende Chemikalien. Auch die für das Kind so wichtige Durchblutung wird behindert. Hören Sie so schnell wie möglich mit dem Rauchen ganz auf. Und selbst kleine Mengen Alkohol, wie zum Beispiel in Rotweinsoße, sollten Tabu sein, da das Kind noch keinen Alkohol abbauen kann. Schwere Missbildungen können die Folge sein. Nummer 5. Auf den Kosten der Schwangerschaft bleibt man sitzen. Ganz und gar nicht. Die BIC Direkt Gesund übernimmt die meisten Kosten und Sie können sich auf die Schwangerschaft konzentrieren. Vorsorgeuntersuchungen, Arztkosten und eine Hebamme, die bereits während der Schwangerschaft zur Verfügung steht, werden übernommen. Aktiv bei der BIC melden müssen Sie sich erst ca. 7 Wochen vor dem Entbindungstermin, wegen dem Mutterschaftsgeld. Endlich schwanger. Und jetzt? Von Ihrer BIC Direkt Gesund.